Ein Prosit! Das Oktoberfest ist in vollem Gange. Das merkt man auch daran, dass das Tortenset Bierkrug gerade etwas häufiger bestellt wird, aber auch unterjährig ist es ein sehr beliebtes Tortenset, gerade wenn jetzt die Frau ihren Liebsten mal so eine Bierkrug-Torte machen möchte oder die Enkeltochter für den Obi. Diese Torte erinnert in der Grundform ja vielen unserer Torten und ich möchte dieses Tortenset mal als Anlass nehmen, um eine typische Frage zu beantworten. Denn die Frage, die uns oft ereilt ist, denn wie hoch sind denn eure Torten? Jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, dass wir nicht bei euch in der Küche stehen. Wir wissen nicht, ob ihr den Backofen richtig eingestellt habt, ob ihr richtig gerührt habt und dergleichen, aber wir können natürlich ein Riechtwerk geben. Und dazu zeige ich euch mal den Cake-Topper vom Tortenset Bierkrug. Der ist in der Höhe schon über 30 cm hoch und der steckt ja dann in der Torte und hier unten hängt ja noch ganz viel Torte dran. Und dieser Cake-Topper ist natürlich in der Höhe proportional designt zu der Gesamthöhe der Torte. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass deine Torte im Schnitt 15, aber doch eher 17 bis 20 cm hoch sein wird. Du kannst dir also sicher sein, dass du damit ein paar Münder satt kriegst. Wenn dich das Tortenset Bierkrug interessiert, dann findet sich hier sicherlich irgendwo ein Link. Wie immer gilt, wenn du das Tortenset Bierkrug gemacht hast, dann poste es gerne in den Kommentaren. Wir wünschen noch eine wunderschöne Oktoberfestzeit. Eure Anja von Torte mich.